Die 3,8 Zoll Slim Power Ratsche ist gegenüber herkömmlichen Ratschen ein echtes Leichtgewicht. Durch die robuste Doppelpin-Technik im Kopf konnte ein extra schlankes Kopfdesign erreicht werden. Dies zieht sich über die komplette Ratsche und somit konnte eine Gewichtsersparnis von über 40% gegenüber herkömmlichen Ratschen erreichen. Auch der Umschalter konnte platzsparend ins Gehäuse integriert werden. Zudem besitzt die Ratsche einen abrutschsicheren Zwei-Komponenten-Griff. Der Vierkant ist mit einem Sicherungsmechanismus ausgestattet. Das heißt, wenn ich die Stecknuss mit der Ratsche verbinde, ist diese unlösbar verbunden. Sobald ich allerdings den roten Knopf drücke, gibt der Vierkant die Stecknuss wieder frei. Der Vierkant ist mit der Neusbranz zu verflossen. Sobald ich eigentlich warte, ist das Problem, ob bei der Ratsche verbunden. Sobald ich auf die Ratsche verbinde, ist das Problem. Ich habe die Ratsche verbunden, die Verzweinung von der Leibnuss zur Barsche.